So, willkommen zurück zum Viertel Level von Episode 4. Äh, ja. So, Freidegung. So. So. So, gut, den Eingang hätten wir uns schon mal freigekämpft, oder nicht? So, gut, den Eingang hätten wir uns schon mal freigekämpft, oder? Und noch so ein blöder Imp hier. So, hoffentlich ist es jetzt alles Pallidi. So geht's hier dann. So, hoffentlich ist es schon mal freigekämpft. So, hoffentlich ist es schon mal freigekämpft. So, wir wechseln mal wieder zu der Waffe. Kommt ihr? Hallo? Arschloch! Alter! Was ist denn hier schon wieder los? ZOMB! Hey! Ich hab noch gar nicht gespeichert, hatte ich nicht gespeichert, ich hab nur gespeichert. Ich war verrückt. Hat sie nicht gespeichert? Egal. Jetzt haben wir ja gespeichert. Hier ist auch noch eine Tür, okay, hier ist auch eine Tür. Gibt es hier noch keine Tür? Ah, kann ich nicht gebrauchen. Sieben Secrets schon wieder. Na gut. Äh, hält mir rein. Da ist noch eine blaue Perle, das bestimmt ein Secret. Gut. Wenn du und ich nicht schiefst. Waaaah. Hier ist noch eine Banane. ha wobei er hat mir schon zahle schaden zugefügt nicht bei ihm lassen oh mein grund ist jetzt nicht wieder am anfang einfach mal stehen kann hallo da hat man die munition verschwendet ich werde verfolgt stirb halt bitte stirb was holy moly da 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 Ganz schön auf das Gelände hier. Das Ding blieb mir gar nichts. Leider. Oh, da kommen wieder welche. Ja, klappe jetzt. Was? Kommt ihr da jetzt schon wieder her? Ist das hier langsam mal gut? Nein, noch lange nicht. Der Impfen ist für den unten im Nebenraum. Ach ja, okay. Erklärt einiges. Nicht alles, aber einiges. So, wo geht's hier hin? Ach so, okay. Macht soweit Sinn. Da ist noch eine Tür. Na komm. Geht nicht auf. Gut, dann gehen wir erstmal geradeaus und öffnen mal die Tür dahin. Tänzchen zieht mit. Hm, was haben die Kerzen zu bedeuten? Sie ist ein Stern. Ja, ja. Ja, gut. Was soll man das so bedeuten hat? Ähm. Wir haben einen Knopf gedrückt. Was hat er denn gemacht? Wie da. Liebe Knopf. Ich hoffe mal, er hat dort kein Klavier in die Bucket geht. Äh, nee. Aha. Er hat die Tür geöffnet. War das klar? Klar war das klar. Ich glaube, ich wusste es. Oh, diese ganzen Ranken hier, die kotzen mich jetzt schon an. So, sind da noch mehr? Sehr schön, passt genau. Gut, da ist ein Fahrstuhl nach unten. Ich glaube, der wird mich umbringen. Geht doch wieder hoch. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was? Die haben wir nicht geschrochen, Mann. Alter. Göttchen, was machen wir denn da jetzt? Jetzt, äh, grünlich fast gewillt, das Ding hier einzusetzen. So. So. Holy Moly, hier geht's ja schon wieder ab, ey. So, erstmal nachladen. Haben wir. Sehr schön. Gut, hier haben wir schon Munition. Das passt mir. Oh. Hier waren wir überall drin, ne? Genau, da war das Lager oder was auch immer das war. Ein Secret war es ja nicht. Jetzt brauchen wir was Blaues. Das ist was Blaues. Achso, das Teleporter. Wir haben Blauschlüssel bekommen. Hier ist aber nur... Jetzt... Oh, nein. Äh, gierig. Bitte jetzt einmal zurück. Hier haben wir doch gar nicht alles erkunden. Ähm. Achso, bin ich wieder hier. Was ist das hier? Man weiß es nicht. Wo? Was? Wo? Oh Gott. Oh Mann, Alter. Man sieht sich schon wieder gar nichts. Was? Ja. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ist da noch einer? Nein. Sag gerade nur so. Alter. ich glaube ich bin nicht erwünscht da ist ein secret, das muss die Tür und ein Backpack ich bin nicht erwünscht klar ach so ein paar sind da noch gut wo füge ich das ding hin ist noch gar nichts ach so ich muss hier rum und jetzt was kriegt er das so noch einer am leben nein ok dann gucke ich mal ob ich das ding aufbekomme ah das hier war das sogenannte blackpack sehr schön sehr schön gut jetzt müssen wir ich habe immer noch den blauen schlüssel das heißt also wir müssen immer noch zu jung was blau da ist was glaube ich das ist auch klar das war's ja mal wieder da 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 hier geht es ja ganz schön ab geht es ja hier so was haben wir gerade bekommen wir haben etwas geöffnet das ding da in der mitte der gelbe schlüssel das ist aber nett ihr wollt mich doch verarschen wollte ich mich doch vorher schon wieder so jetzt haben wir die was auch immer für karte danke brauchen wir dann mal eine rüstung so wie bleibt aber wir bleiben aber der waffe und jetzt gucken die gelbe tür ist genau da bin ich gerade vorbei gelaufen mädel stürf halt Okay. Oh, da ist schon ein Exit. Ah, aber haben wir nicht noch über 50 Gegner? Und noch 6 Secrets. Genau so, nicht anders. So, da sind alle weg, jetzt kommen die hier dran. So, da sind wir nicht noch über 50. So, da sind wir nicht noch über 50. Okay. So, ins Exit gehen wir noch nicht. Ich will hier gerne rein. Da hinten noch was, dann gehen wir mal in die Richtung. Okay, nein. Ach so, das ist das hier oben. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Leider. Vielleicht finden wir hier noch einen brauchbaren Weg. Wo? Ähm, nein. Ah. Gut, das war schon mal das hier. Da gibt es aber noch irgendwo weiter. Ist auch schon wieder so eine Tür. Was soll ich da machen hier? Aha. Da war auch irgendwie keine Tür auf. Kann mir das mal irgendjemand sagen? Was ist da? Kriege ich das Ding auf? Natürlich nicht. Puh, ich bin verwirrt. Äh, nee. Irgendwas übersehen habe ich auch nicht. Äh, äh, äh. Okay. Da hinten ist noch was. Da her, unten, da unten. Aber, äh, wenn sowas Weißes ist, das ist keine Tür, sondern etwas, was sich von alleine öffnet. Zum Beispiel eine Falle. Ja, sag ich doch. Da kriegen wir nichts auf. Gibt's doch gar nicht. Gut, gucken wir mal, ob wir sonst noch was aufmachen können. Von hier kommen wir. Wir haben blauen, gelb, die geht's gar nicht ver... Ach so, doch, da geht's weiter. Ja, nur ich komme da nicht rein. Dann müssen wir hoch. Goddammit! Wir können nur hier was machen. Höhe, wie viel Schalter oder so? Hm. Ach, tschau. So, erstmal noch die Schildsätze hier. Hier. Was war hier? Äh... gab es hier noch irgend sowas? na komm ne oh die kommen wir wieder raus oh, die Nestor schleife hier hmmm, das ist natürlich auch schick alter, das geht doch gar nicht wir würden 200 leben das ist noch nicht hier wo ist das? das ist überhaupt wieder da, wo wir nicht hin können ah, das ist eine Tür, die man da offen machen kann das mit diesem Zeichen da ist das natürlich, die Frage ist nur, wie kriegen wir die auf? das kann doch nicht sein, ja das kann doch nicht sein, ja Alter, ist das Bullshit das kann doch nicht wahr sein, ja ich bin irritiert und renne gleich ins Ziel entfällt mir zwar, aber das ist ja gebehindert, ist das ja wow, noch ne Rüstung oh leckig ah so viel war jetzt alles klar das ist natürlich wieder vorbei weil da oben sind und wir sind soweit fertig und ich werde auf jeden fall noch die ganzen ähm, Sequel suchen also mindestens diese Rüstung hole ich mir jetzt und dann gucke ich auch noch nach den anderen Secrets mindestens das 200er Leben möchte ich noch haben aha, jetzt sind wir hier ja yay das heißt, wir wissen jetzt, wo wir lang müssen und ja ok wir müssen auf der anderen Seite hier ist noch was ja so ein Schlitz, wow hat der jetzt noch voll viel gebracht und so der Rimmel sieht schon geil aus kann man nichts gegen sagen gut, halt ach man alter hoch so, das war das hier so, und hier geht's nicht rein wow, geht der doch rein aber ich hab's doch für dir alles probiert die machen sich lustig bei uns die machen sich lustig bei uns so nennt man noch was oder auch nicht nee, da ist Feierabend das ist in dem Gelände nee, das bringt uns nichts ich muss in die Richtung so so, als nächstes knöpfen wir uns denn mal äh wie kommen wir da am dümmsten hin hier ist noch was äh ah wow so, zwei Anzüge ah, ja, genau das ist jetzt genau das wo wir da auf der von einer anderen Seite versucht haben daran zu kommen uah was? ich krieg trotzdem Schaden? ooooh es reist uns noch genau rein hä? oh nee, ich füll da lang ah, wo? wie ich einfach trotz dieses Anzuges immer noch Schaden bekomme okay so, das reicht mir jetzt bitte ach so war ja auch schon alles ha, geil okay, ab ins Ziel äh, außer noch ein bisschen Munition hier holen er hat ja noch ein Pack hatten wir ja noch äh was war hier? gar nichts wo ging es denn jetzt in Richtung Ziel? wo ging es denn jetzt in Richtung Ziel? hier oben lang oh, jetzt habe ich das Transparenten-Dingster aufgenommen ne, weil ne, bin ich falsch ach, goddammit da muss ich lang so, und jetzt hier zurück so, genau so, genau da ist das Ziel jetzt muss ich nur gucken wo war nochmal ein bisschen Rüst äh, Munition da perfekt jetzt können wir ruhigen Gewissens ins Ziel gehen das gefällt mir doch genau es ist so, genau das ist so, genau ja ist so nicht mehr noch diese alles hart ihr Und dann wieder? Ciao! Mit Fall!